Wir tanken, wir gehen nach. Ja, was denn tanken? Ja, hier vorne in Turutower. Den zweiten jetzt, dann haben wir es. Wo denn? Ich seh sie nicht. Drei. Ich seh sie nicht, wo sind sie? Ah, hier rennt alle. Ah, da ist die Turutower hier wegbomben. Weil wir sehen das nicht. Max, geh ein Stück zurück. Und dann weg. Baller das Ding jetzt weg. Geh weg, rennt alle jemanden? Ja, ich muss hier raus, Mann, mein Max ist gleich am Verrecken. Ist das aus, oder? Ne, Turut, schieße noch. Jag mal noch eine rein. Ne, der Trivat ist noch nicht down. Also noch einmal. Okay, ist offen. Jetzt, alles down. Ja, wunderbar. Looten die ganzen Muni weg, ne? Die haben 260 Muni, die der Drill. Okay, ich nehme auf der anderen Seite schonmal. Ja, machen wir schonmal leer hier alles. Lol, die hätten wir niemals leer getankt. Lol, aber das ist schonmal, das ist schonmal, eigentlich gigi. Das ist auf jeden Fall schonmal was, was uns ordentlich Mats erspart. Hier ist ja locker, guck mal, was die hier an Muni haben, ey, ohne Scheiß. Lass mal das alles einsammeln und schonmal in einen Rex packen. Damit das halbwegs safe ist. Sorry, ich bin hier. Kann das mal in meinen? Nein. Passt schon, kein Problem. Ich rage auch rum. Also ich tilte eher. Also von allem. Kann auch wer schnell und beim Turret House nen Helm für mich geben? Weil ich hab mein Helm irgendwie nicht rehabilitiert. War der eben anders. Ihr macht jetzt weiter. Hier in meinem Rex ist, in Tanki 3 ist in Helm drin. Warte, habt ihr daheim ein Schild reingenommen wieder? Nicht, oder? Glaub nicht, ne? Hä? Die sind online, die Mongolen mit Pistolen? Das sind die aber nicht. Das sind die aber nicht die Mongolen mit Pistolen. Also ich hab alles. Da war mein. Kriegt der Rex da vorne keinen Schaden? Ich probier's jetzt mal, weil ich geh jetzt heim und dann hol' ich mal. Ja, pass auf, dann schiebe ich da mal ne Wand auf. Ja, aber dann geh am besten zurück erst weg. Und vor allem, in einem, ich bin Tanki 3, da hab ich jetzt alle Turret Muni reingepackt, ne? Also aufpassen, dass der nicht stirbt, der hat noch ganz gut equipt dabei. Also der hat jetzt Luft dabei. Wir beide dann auch relativ gut equipt. Also Scamback, ne? Ja, was denn? Ich schieß da jetzt mal rein. Aha, da oben hinter, Vorsicht, dahinter scheint die Base von denen zu sein. Hinter diesen Mauern. Weil da seh ich auch die Turrets schon. Die sind auch online. Die sind online oder haben keine ORP. Ähm, Max, bist du grad auf dem Weg zur Base, oder was? Bin schon daheim. Okay, alles klar. Äh, dann gehen wir mal auf. Reicht uns das? Mal schauen. Wenn ihr sagt, ich soll mehr aufnehmen. Äh, die haben aber... Sturmgut, Rexa und so. Oh, jetzt gibts hier direkt Damage. Pass auf, wenn du weiter nach vorne gehst. Ich mach mal noch das linke Tor auf, damit wir dann mehr sehen. Ne, 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 nicht nur. Nein. Das ging schnell. Das ging schnell. Das ging schnell. Das ging schnell. Soll ich vielleicht noch aufmachen, damit wir reingucken können? Ne, 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 da sind noch mehr Turrets auf der Seite. Mach so wenig auf wie möglich, damit wir da, äh, gedeft sind. Die haben sich da jetzt richtig fett aufgebaut in den letzten Tagen. Mhm. Ja, ich bin fast One-Hit gewesen gerade. Ich bin einmal um die Ecke. Ja, ja, die haben übel viel. Also mein Rex hat auch richtig gelitten gerade. Meiner hat's auch schon richtig low. Achtet ihr auf die Leiche, aber halt am besten einfach nicht looten, ne? Die Leiche liegt gut da vorne. Ja. Die liegt da gut. Matthias hat aber neun Rex, oder? Ne. Matthias hat Spaß. Ich hab neun Rex. Meiner ist noch full life. Deiner ist full life. Ja. Bist du derjenige, der gleich da reinlaufen darf, gg. Ja, geil. Enjoy it, alter. Jawoll. Kann ich immer noch ein Rex-Ei, was hier drin ist? Kann ich das essen? Jo. Ja, kannst du essen. Habt ihr Gasoline und so mitgenommen? Ich hab aus dem Turret-Turm von denen gelootet. 250 oder so. Aber warte, hier ist aber noch nicht, hier ist noch, äh, nicht gelootet. Hab ja. Kurz wieder einer weg. Wenn da noch drei Stück oder so stehen, Rudi, dann rennst du einfach drauf und ich geh in den Nahkampf und rotz die mit dem Raketenwerfer einfach weg oder was auch immer. Ja. Hm. Oh, der hat gesessen. Aber lass mal eben den Rex einfach raus. Oh, der war viel zu kurz. Ja, es stehen jetzt noch vier Turret, oder? Ich bin gleich da, warte schnell. Jo, wieder eins weg, sauber. Warst du das? Äh, Strohhut? Kann sein. Kann sein. Ja, wieder eins weg, sauber. Aber die haben keine Energie mehr, wir brauchen nicht mehr schießen. Ja, stimmt. Sie ist gerade. Alles klar. Dann sind wir jetzt safe. Lass mal schon mal hier die Turrets ausräumen. Die, äh, die hier sind. Die ganzen Turrets. Und die Muni wegpacken. Ja, nix drin. Die sind noch nicht gepin-codet. Wunderbar. Nur 50 Schuss drin gewesen, die hätten wir auch leer tanken können. Aber, aber Gott sei Dank sind die so fair und, ähm, schreiben nix im Chat, sodass andere Leute kommen. Äh, ja, ja, ich glaub, die sind einfach tatsächlich offline, ne? Ich hab das Gefühl, nein, die sind nicht offline, dann wären die Gebäude ja ORP-protected. Ja, dann eben. Die müssen, entweder sind die AFK, oder, äh, die sind halt woanders irgendwo unterwegs, ne? Oder die haben keine ORP. Das mag ich zu bezweifeln. Hier, komm her. Wir können von hier schießen. Auf die Base. Der mit dem Katapult. Warte mal, grad mit dem Rex. Tanky 3. Mach grad stehen bleiben. Mhm. Einladen. Hier gibt's wieder Loot. Boah, hat der schon viel Turret-Money dabei. Ah, die raiden nicht grade uns, ne? Nein, nein. Ach, die sind pin-coded, die Turrets hier. Da muss ich mal grade einmal Bums machen, Vorsicht. Treffen die? Oh, lol, irgendwas kam grad mehr. Das war ich, das war ich. Mach die Turrets hier grad weg. Die haben halt, die sind halt pin-coded. Ein bisschen aufpassen, hinter dem anderen Tor ist noch ein Turret-Haus. Ja, Moment mal. Hm? Hä? Ach, ich hab die ganze Zeit verfehlt. Ich dachte grade, die sind jetzt off und warten jetzt doch ORP. Okay. Oh, lol. Siehst du da hinten den anderen Turret-Turm noch? Ah, jo, da hinten hinter dem Gate, ne? Da oben ist auch ein Stargate. Sollen wir das mal nicht eben zerstören, damit die nicht da durchkommen können? Also hier schießen, hier schießen richtig viele Turrets auf mich grad. Okay. Von der Base. Dann lass mal hier, ich loote gerne erstmal noch alles leer hier. Ja, das ist hinten der Turm. Es gibt hinten noch diesen Turret-Turm. Oh, lol, warte. Oh, lol, warte. Hey, töte mal hier diesen Dödl. Hinter mir. Hinter mir. Ich bin nicht aufm Rex. Ich bin zu Fuß unterwegs. Ich schieße jetzt nicht mit dem Raketenwerfer auf. Also wir haben schon ordentlich was am Muni jetzt geholt. Da hat es uns jetzt völlig schon gelohnt. Ja, definitiv. Wir haben über 1.000 Frück-Munis locker. Den Code eingeben. Hab ihn nicht. Nimm mal einen anderen Schlüssel. Mach mal hier einer auf. Das steht alles auf Assif. Dann können wir das hier von der Seite schon mal wegrippen. Ähm, wo ist das Ding? Strum? Kannst du noch ein Stück näher? Hier gibt's nochmal ein bisschen Loot. Boah, ist das ordentlich. Aber ich hab jetzt... Wir haben weit über 1.000. Ich hab ja jetzt grad schon wieder 1.300 gelootet oder so. 1.500. Aber ich denke, wenn wir nach... Wenn die nach Hause kommen, ne? Sind wir Ribs. Aber sollten wir Ribs sein? Die haben doch dann nichts mehr. So. Außerdem müssen die auch mal durch unsere Defense auch erstmal durchkommen. Das einzige, was wir bisher geschafft haben, war ein Turret wegzuschießen bei uns. Ja, ich mein nicht unsere Base ist Ribs, sondern das, was hier ist, ist dann Ribs. Weil das, was sie da haben, ist schon. Ja, wär vielleicht, äh... Wär vielleicht nicht verkehrt, wenn einer den... Also wenn wir den Rex erstmal einmal ausladen gehen. Weil da sind echt schon mindestens 2k... Ich kann von hier, kann ich auf die Welt schießen. Ich seh's. Du machst... Ich hab's gesehen, ja. Bist du auf dem Katapult? Ne. Rundat Launcher. Ja, die Turrets hier vorne sind alle leer. Ah, ich glaub ich... Weiß es nicht. Ich hab mit der Defense an üben aber nochmal meine Leute. Meine Freunde. Ah jo, ich seh's. Was war denn jetzt eigentlich mit dem Stargate? Kannst du einmal in eine Rakete drauf schießen? Mach ich jetzt eigentlich Damage? Wutz. 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 Ich hab ein bisschen geschossen. Ich komm an das Stargate nicht ran. Da stehen Turrets vor. Hä, das steht doch da oben. Ich mein das Dino-Gate von denen, ne? Wenn ich da auch... Achso, die haben in der Base... Die haben in der Base eins stehen. Und oben steht auch noch eins. Zum Aufgang hoch zu's. Ich mein hinter uns das Stargate, ne Kevin? Was für ein Stargate hinter uns? Wovon redest du? Rechts da. Rechts, hier oben. Wenn die da durchkommen gleich... Ich hab keine Ahnung wo... Hier. Da wo ich jetzt hinten zeige. Ja. Ja, aber da stehen doch noch Turrets. Da kann ich nicht abschießen. Hier sind 5 Turrets sind jetzt fast down. Au. Ja, genau das mein ich nämlich. Ich brauch auf jeden Fall neue Granatwerfer und Granatwerfer. Ich brauch nur Granaten. Warte, wer von euch Granaten? Hm? Ne. Ich hab keine mehr. Ich bin jetzt out of ammo. Ich hab auch keine mehr. Aber ich hab jetzt auch hier 5 Granaten. Äh, 5 Turrets wegge... Schossen. 14... 14 Granaten hab ich noch. Gut, dann tu mal her bitte. Leg mal bitte in deinen Rex rein. Ja, tut sich immer noch nix in der Base, ne? Ich seh da niemanden laufen oder so. Gar nix. Ach, mit dem Rex liegen auch noch 17. Ja, die würden auch instant schreiben, wenn was wär. Wer weiß, wer weiß. Wo sind die, wo sind die 14? Die hab ich jetzt einstecken. Und jetzt wir eigentlich auch ein bisschen ballern. Achso. Die sind aber noch 17 im Dino. Also im Rex denn. Ah, hier. Äh, lass mir auch mal ein paar noch, bitte. Au. Du, in welchen? Es hat sofort was auf mich geschossen. Warte, komm her. In welchen, Granat, in welchen sind die Granatwerfen? Komm her. In welchen sind die Granatwerfen? Nee, die Munition dafür. Paracer oder was? Äh, hier. Paracer. Ich kann dir was reinlegen. Okay. Und dann schießen. Das was in der Base ist und so. Und, äh, äh. Geh halt jetzt als Paracer. Ich bin am Paracer. Äh, hier. Ja ne, ich mein Plus hat grad nicht angemüllt. Oh, 5 Schuss. Das ist aber krass. Ja, recht viel mehr ist auch nicht. Aber wir haben zu Hause auf jeden Fall noch was, ne? Ja, da schon. Hier ist schon wieder Turret Stone. Wie komm ich an das Stargate da hinten dran? Lol. Irgendwas hat auf mich gerade geschossen. Ja, ich... Was ist denn das? Geh mal grad nach hier vorne gucken. Wie das hier mit dem Turret Storm aussieht. Sonst können wir den noch eben weg machen, Rudi. Ja. Halt, halt, stopp. Nicht so weit rein. Toll. Obwohl. Geh wieder rein. Geh wieder rein. Ja. Geh, ich komm da auch mal hin. Ich hab instant Zitinenpanzer kaputt gehabt. Ich muss einen neuen bauen. Ich mach das jetzt einfach so. Warte. Schwul, bleib mal oben stehen. Ich kann nicht mehr tanken lange. Stroh, geh mal, geh mal schnell. Hier. Schieß auf das Ding. So, warte. Mensch. Was soll denn der Quatsch? Geh jetzt mal auf das Katapult hoch. Jetzt wirst du nicht mehr abgeschossen. Kann hier jetzt nichts machen gerade? Ja, jetzt muss der Rex raus. Ja, ich muss auch raus. Meine Rüstung... Ey, bleib mal stehen. Ja, warte. Schieß doch immer noch. Ja, ich weiß schon. Ja, oder jetzt. Ach, ihr macht das da schon mit dem Katapult, oder? Ja, probier's mal, ob du hier hin kannst. Ich schieß auch mal. Die nicht kommen, ne? Das find ich halt echt irgendwie auch doof, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, jetzt haben wir schon angefangen. Kriegt ihr das da hin? Ja, ich hab nur noch fünf Schuss. Ja, die Jumbers, oder? Ja, aber nicht, dass die ORP nicht funktioniert, oder so. Das hab ich heute ein paar Mal gelesen. Dass sie halt tatsächlich nicht online sind. Das wär halt scheiße. Kommt irgendwas an von meinem Ding? Wollen wir mal schreiben, vielleicht in den Chat, bevor wir die komplett hier kaputtraiden? Ich will mal gerade gucken, was hier so geschrieben wird. Ey, ich seh der da irgendwas? Ja, im Chat wird nix geschrieben. So, jetzt hab ich keine Muni mehr. Ja, gib. Wir müssen mal zurück und los Ding holen. Ja, ich weiß halt nicht. Ich will mal gerade gucken, wer denn hier so online ist. Weiß denn jemand, wie man von Sentinel heißt? Mhm. Ich werd besnipert. Echt? Ja. Ey, Stroot. Sniperst du? Ja, ja. Ich hab grad. Achso. Da glaub ich war der Stroot. Auf was, Sniperst du? Ach so. Alles Spaß. Okay, sind die Turrets da vorne jetzt weg? Nein. Nee. Die sind alle aus, ja. Ich mein, mit ihrem Kaumschlauch kommen die Turrets, oder? Die haben alle noch Muni drin. Ja, 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 ja. Ja, ist alles raus. Ich hab's doch gesagt. Wir haben in dem einen Rex haben wir 3.000 Turret-Muni oder so. Da sollten wir halt im Wettbewerb machen. Und caused in die Not prayers. Не das sind all. Nichts. Vielen Dank.